Guten Tag, willkommen aus dem Herr Alviers-Programm. Gehen wir schon Telefon? Tag, Herr Alviers-Programm. Tag, bist du Herr Alviers? Ja, ich heiße Herr Alviers. Oh, Tag Herr Alviers, ich bin und langsam listen und erst seit Telefon. Ja, Herr Alviers, ich habe ein Problem. Ja? Ja, ich habe ein Kriter unter meinen Zinken. Ja? Ja, ja, es ist trapped in dem Pfeil und die Neuse gemacht. Jawohl, wie tippe ich dem Neuse? Ähm, aber machen dem graulen Neuse. Ja, jawohl. Ja, ähm, oh, wie, äh, 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 ja, wie das? Ah, in dem Zinken? Ja, ja, unter dem Zinken, wie Pipen. Ah, ah, das ist deinem Garbage-Disposal. Äh, das Garbage-Disposal? Ja, jawohl, ja. Ah, es ist ein Garbage-Disposal und nicht ein Kriter? Nein, nein. Ich habe nicht dein Konnexion. Ja, jawohl, Garbage-Disposal. Dankeschön Herr Objes, du bist dem Besten. Du bist willkommen, danke für Telefone.